Wo wohnst du? Typ, wie du weißt nicht wo ich wohne? Alle Warrior leben in der Warrior Straße. Ich zum Beispiel lebe in der Warrior Straße 1 auf der Warrior Insel. Die Warrior Insel befindet sich mitten im Bermuda Dreieck. Dort können also nur wahre Warrior hinreisen. Fake Warrior werden von der See einfach verschlungen.